PowerPoint-Präsentationen sind eine geniale Möglichkeit, Dinge zu visualisieren. Manchmal kann es aber vorkommen, dass die Dateigröße einer PowerPoint-Datei riesig wird. Das kann dann recht häufig sein, wenn man die Präsentation per E-Mail verschicken möchte. Es gibt aber eine elegante Möglichkeit, eine PowerPoint-Datei um ein Vielfaches zu verkleinern. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Wir veröffentlichen jede Woche ein Video, wie du im Büro richtig viel Zeit sparen kannst. Wenn dich die besten Tipps und Tricks zum Microsoft Office interessieren, dann abonniere gern unseren Kanal, um ab jetzt kein spannendes Video mehr zu verpassen. Ich habe hier auf dem Desktop einmal eine Präsentation abgelegt und über die Einstellungen mit Rechtsklick sehen wir die Dateigröße. Die Präsentation hat hier eine Größe von ungefähr 45 MB und das ist auf jeden Fall zu groß, um sie per E-Mail zu versenden. Ich öffne es hier einmal und wir sehen hier unten, es sind lediglich 33 Folien. Das sind gar nicht so viele, allerdings sind da eben viele Fotos auf den Folien zu sehen. Aber selbst das, wenn man heute eine moderne Digitalkamera oder ein Smartphone verwendet, sind die Fotos oft 5 bis 6 MB pro Foto groß und dann werden natürlich auch die Präsentationen entsprechend riesig. So, was ist das Problem also bei großen Präsentationen? Wenn man jetzt zumindest kein Video eingebunden hat, dann ist es in den allermeisten Fällen diese Grafiken, die Fotos, die einfach viel Speicherplatz benötigen. Die haben eine viel höhere Auflösung, als sie überhaupt auf dem Bildschirm darstellen können in der Regel. Und da ist die Lösung, wenn man eine solche Präsentation etwas komprimieren möchte, dass man einfach die nicht benötigte Auflösung hier komprimiert der Grafiken, dann sieht das immer noch alles wunderschön aus. Aber die Speichergröße oder der Speicherbedarf ist deutlich geringer. Wie funktioniert das, wenn ich die Bilder komprimieren möchte? Ich gehe einfach hier auf ein Bild drauf und markiere das mal und gehe jetzt hier in Bildformat. Dieses Menü kommt erst dann, wenn ich eine Grafik hier markiert habe oder ausgewählt habe, dann komme ich hier in dieses Menü Bildformat und dort gibt es, je nach Bildschirmgröße ist das auch mit Beschriftung hier, Bilder komprimieren. Das ist hier in dem Bereich Anpassen, Bildformat, Anpassen, dann jetzt hier Bilder komprimieren. Da klicke ich mal drauf und jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, nur für dieses Bild übernehmen. Nein, ich mache den Haken hier raus. Ich will alle Bilder komprimieren in der ganzen Präsentation. Ich kann auch hier noch einen Haken haben, dass man die Bildbereiche, die zugeschnitten sind, löscht, das ist eine gute Sache, dass es hier diese Zuschneiden-Funktion, die es gibt, dass man Bildbereiche hier im Prinzip wegschneiden kann und die wurden jetzt gelöscht. Die brauche ich auch nicht wirklich. Die kann man gar nicht löschen. Das spart auch nochmal Platz. Ich kann hier unten Auflösung noch anpassen. Da gibt es jede Menge HD-Drucken und so weiter. Das ist dann natürlich noch viel größer. Das ist jetzt hier gar nicht verfügbar, weil eben ein paar Bilder hier schon eine kleinere Auflösung haben. Ich wähle jetzt mal hier zum Beispiel E-Mail aus. Das reicht wunderbar, um sich das anzuschauen. Ich wende das auf alle Bilder an und sage jetzt OK. Dann dauert das kurz ein paar Sekunden und ich speichere mal meine Präsentation und gehe hier raus. Und wir gucken nochmal neu nach, ob sich die Detailgröße dadurch verändert hat. Eigenschaften. Tatsächlich von 45 MB sind wir jetzt auf 8,5 MB haben wir es reduziert. Also um ein Vielfaches haben wir es reduziert. Und so 8 MB kann man es durchaus noch verschicken. Ich gehe mal jetzt hier rein und ich gehe auch mal in den Präsentationsmodus. Und wir sehen, dass die Bilder alle sehr in Ordnung sind. Da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Die kann man durchaus noch anschauen. Also eine schöne Möglichkeit hier über komprimieren, eine Grafik deutlich zu komprimieren und die Präsentation hier zu verkleinern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.